Faszination Windenergie. Die Windparks in Nord- und Ostsee sowie auf dem Festland werden künftig die Energieversorgung von Millionen von Menschen sichern. Innovationen und gigantische Projekte, die sich in eindrucksvollen Bildern kommunizieren lassen. Doch die Produktion solcher Bilder, insbesondere von Flugaufnahmen, war bislang aufwendig. Kosten für Helikopter und Kamerateam waren vor allem für kleinere Firmen ein Hindernis, an eindrucksvolle Bilder für ihre Aussendarstellung zu gelangen. Hier schafft die WAP-Filmplattform künftig eine Lösung. In einem Projekt- oder Windpark arbeiten viele Unternehmen gemeinsam. Diese Synergieeffekte werden künftig genutzt, um sich die Kosten für Filmaufnahmen zu teilen. Und das funktioniert so. Gemeinsam mit den Mitgliedern werden Projekte für Filmaufnahmen identifiziert, budgetiert und auf der WAP-Filmplattform zur Produktion gestellt. Interessierte Firmen können sich eintragen und so die Rechte an den Bildern erwerben. Wird eine Mindestbeteiligung erreicht, startet die Produktion. Das entstandene Rohmaterial wird auf die Filmplattform gestellt und kann dort von den Firmen heruntergeladen und zu Unternehmenszwecken genutzt werden. Zusätzlich unterstützt das Filmmaterial die Kommunikation und Lobbyarbeit der WAP. Redaktionen werden durch das Filmmaterial ermutigt, über die Windenergie zu berichten. Durch eigene Filmbeiträge kann zusätzlich Aufmerksamkeit in Berlin erzeugt werden. Gemeinsam schaffen wir so einen kostengünstigen Zugang zu aktuellem und qualifiziertem Bild- und Videomaterial für die Mitglieder der WAP, werten die Aussendarstellung unserer Branche auf und erreichen neue Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... Bis zum nächsten Mal.